Also ich weiß, warum ich sterbe. Aber ich kann es nicht verhindern. Ich muss jetzt erst rausfinden, wie ich dieses Ding da mache. Wie ich da hochkomme, ohne zu sterben. Das Problem ist, ich habe halt leider keine zweite Chance. Ich muss es immer wieder von vorne machen. Wie ich da hochkomme, oder? Was ist das? Ah, ich hab's kapiert! War das deine Idee, Max? Ich hab's kapiert. Okay, gut. Ich seh ein Brunnen! Ich muss zum Brunnen! Ich muss ganz dringend zum Brunnen! Ich hab's kapiert! Ich hab's kapiert! Komm ich da rüber? Nö. Aber jetzt hab ich da gespeichert, also alles gut. Der Part hat mich damals so verzweifelt, dass ich es aufgegeben habe und seitdem nicht weitergespielt habe. Gut, ich würd' denn mal sagen, jetzt hast du's, ne? Also, zumindestens die Technik. Die Technik, Thaddeus! Die Technik! Ich bin am Brunnen! Ich bin am... Geile Sache. Ich könnte da natürlich auch noch weiter, ne? Ah, nein! Ich hab' nur zwei! Aber hier muss ich definitiv weiter! Ach, scheiße! Ja, ist okay! Das sollte nicht passieren! Ja, nee! Wirklich nicht! Wow! Das auch nicht! Oh! Ist das auch richtig? Ich bin am geraten! Occik! Ah! Okay, ich... Nee, so nicht. Nee, 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 so nicht. Nein. Ja, toll. Das muss ich jetzt ordentlich timen, ne? Ja, ich kann es. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch da in den Stacheln. Ja, ich bin doch da. Ja, ich bin doch da. Aber bin ich hier jetzt? Ich glaube, ich bin hier langsam durch. Ah, muss ich erst wieder aufnehmen. Wait, muss ich jetzt wieder zurück? Ja... Ah, nee, warte, ich weiß. Ich weiß. Da komme ich durch jetzt. Ja. Zwei, drei, vier. Und speichern. Also, es wird, es wird ganz lang... Oh, guck, 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 guck mal, ein Gumo. Hallo, guck, 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 guck mal, ein Gumo. Hallo. Bitte stirbt nicht. Das könnte ich mit meinem Herz hier nicht verkraften. Jetzt wird alles wieder kalt, ja? Dieser Schrein muss alles angetrieben haben, was sie gebaut haben. Sieh ihn dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Wenn er stirbt, dann ist es vorbei. Das fühle ich total, Max. Die können hier doch nicht einfach alles sterben lassen. Also, nee. Jetzt mal ganz ehrlich, das geht so nicht. Da habe ich gleich wieder Pipi in meinen Augen. Ich frage mich, ob Gumo von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Nicht cool! Das nächste Mal erst speichern. Ich überspringe es. Da ist gleich wieder Pipi in den Augen. Kann das Spiel machen, für uns so gemein zu sein? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ist da offen. Jetzt komme ich da weiter. Nein. Oh nein. Oh nein, ich kann in den Bereichen keine Seelenverbindung machen. Huh! Knapp. Knapp daneben ist er auch vorbei. Ja. 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 Oei 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 Und sogar nur eine Lebenszelle! Mehr habe ich hier unten nicht. Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Am dümmsten. Ja, so auf jeden Fall nicht! Das dachte ich mir schon, du! Ja, so auf jeden Fall! 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 Fast! Ja, stirb! Nochmal! Ja, na ja! Ja, na ja! Ja, ist okay! Okay! Na dran! Ist mal na dran! Wie hat der mich denn jetzt entwischt?! Ich tue komische Dinge! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Das Element des Windes liegt vor uns! Es wird im Herzen dieses Ortes aufbewahrt! Mecken sammelt sie leidenschaftlich! Ey, ich mag meine Lichtstrahler! Die sind warm! Ja, hier ist kalt! Ich friere! GUMO! 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 Nach dem Nibel und die Erinnerung an die GUMO! Müssten wir das Element des Windes wiederherstellen. Mehr Energie! Bewegend von ihren Worten beschloss er zu handeln. Äh, Kurosfeder! Oh Gott, ist das nicht dein Ernst? Also, Leute, ich glaube, das überlebe ich nicht. Ich glaube, das ist ja gut. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.